Ich bin sehr berührt von heute, muss ich sagen, aber und wahnsinnig neugierig schon auf all das, was kommen wird. Also Gesundheit kenne ich natürlich, Bildung wird wahnsinnig spannend sein, das ist die Zukunft und Frauen, das sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung Oberösterreichs. Das wird großartig. Die Frau Gersthoff hat gesagt, dass Sie mich jetzt nicht hergeben. Was sagen Sie? Thomas Stelz hat 2015 aus meiner Sicht einen wahnsinnig innovativen Schritt gesetzt, indem man das Frauenressort über Parteigrenzen in den Weg in Frauenhand gegeben hat, weil es gehört in Frauenhand. Damals war aber klar, dass es, wenn eine weibliche Landesrätin bei der ÖVP kommt, wieder zur ÖVP zurückkommt. Das ist jetzt der Fall, jetzt bin ich da. Ich danke Birgit Gersthoffer sehr für Ihre Arbeit und ich hoffe auf Ihre Unterstützung auch in Zukunft, weil uns eint das gemeinsame Ziel, die Lebensbedingungen und Chancen für Frauen zu verbessern. Dankeschön.